Ich glaube, wenn das normal passiert, muss ich echt trainieren. Aber er darf natürlich immer gleich als erstes wieder angreifen. Was echt nervig ist. Verteidigung. Und so. Ich stecke dran. Nigel. Nigel muss ich aber hoch. Obwohl. Fast schon. Machen wir das. 232. Ein zaubernder Knall. Ja, schön. Dankeschön. Finde ich echt super von dir, du Arsch. Ähm, ja. So. Das. Das kriegst du. Dann schleudern wir den nochmal ein bisschen weiter nach hinten. Dann greifen wir den nochmal an. Ich glaube, dafür sind wir aber echt noch zu schwach. Obwohl wir den ja schon ganz gut runtergekriegt haben. Viel Säcke. So, nach hinten mit dir. Und er darf nochmal angreifen. 330. Äh, ja. Ne, massive Wunneilung erst mal. Okay. Das sieht schön aus. Dann zauber ihn nochmal, Arschloch. Ähm, Attacke. Ah, dadurch. Er hat er auch weiter nach hinten geschickt. Okay. Jetzt brauchen wir die Verteidigung bei ihnen wieder. Und MP braucht er. Oder, ne, LP. Doch MP, ja. Das glaube ich da eigentlich gerade schon wieder für eine Scheiße. Fertigkeiten. Da. Kannst du haben. Okay. Attacke. Attacke. Besäcker. Ja. Er muss sie gleich erstmal wieder haben. Yo. Greif ihn mal an. Einmal, bitte. Und so. 290. Dann machen wir das einmal so. Bitte heilen. Okay, Attacke. Okay. Das ist aber auch wirklich so. Umso weniger er hat. An Lebenspunkte, umso er kräft er mir den anderen ganzen Scheiß an. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gemerkt, wo er dreimal gestorben? Viermal? Hoi. Attacke. Attacke. Nee, ähm. Heile ich ihn erstmal. Ich hätte auch Massenheilung machen können. Wäre er impfvoller gewesen. Panino. Ja. Für dich. Berser... Klinger... 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 Wieso habe ich eigentlich Berserker eben gesagt gehabt? Hm. Keine Ahnung. Bessere Attacken habe ich irgendwie auch gar nicht bei denen. Ich habe zu wenig Kohle immer gehabt. Hm. Nee, komm. Wir machen es mal so. Okay. Attacke. Autsch. Schick mir ihn einfach dahinter. Yay. Schick mir ihn nochmal weiter hinter. Und. Leider muss ich das jetzt erstmal machen. Weil sonst... wäre er wahrscheinlich tot gewesen. Oder auch nicht. Massive Wunnenheilung. Okay. Ich habe weiter nach hinten mit dir. Berserker. Ja. Okay. Ja, das ist gut. Schick mir ihn weiter nach hinten. Dann machen wir einmal die Attacke. Dann nehmen wir den Gegenstand. Ein... Einmal hoch. Boah, er kann ja eh nicht angreifen. Er greift so oder so nicht an. Autsch. Und alles runter. Scheiße. Ja, das schickt ihn nur ein bisschen nach hinten. Wie viele hat er denn noch? Okay. Na gut. Ich mache ja mal. Einmal so. Die müssen wir ja verteidigen. Aber sonst ist er nämlich down. Ja, er ist down. Toll. Fertigkeiten. Ab nach hinten mit dir. Und dann belebe ich ihn hier jetzt wieder. Dann sollte der wieder dazwischen stehen, oder? Nein, scheiße. Na gut. Komm, ich kreife dich jetzt aber an. Ruhe in Frieden. Nix mit Ruhe in Frieden. Zack Gesicht. Okay. Nach hinten mit dir. 379. Autsch. Ähm, ja. Gut. Ich mache das mal so. Lieber. Mir lieber. 270. Autsch. Ja, warte mal. Wenn ich angreife. Dann flutscht er wieder nach hinten. Hätte mir die Heilung eigentlich besser mehr gebracht. Also wenn ich ihn extra geheilt hätte. Obwohl. Geht aber. Ähm. Ich glaube nach hinten mit dir. Los. Stepp doch mal endlich. Alter Drecksack. Ich muss noch mal Massenheilung machen. Puh. Los, stirb endlich. Behängnisfeuer. Ja, du mich auch. Behängnisfeuer ist ganz schön teuer. Überleb ihn wieder. Ein zaubernder Knall. Ja gut. Komm, jetzt geht aber endlich. Geschafft. Scheiß. Die waren dann endlich geschafft. Oh. Meine Güte. Was soll man dazu sagen? Gehen wir das? Bei ihnen war das ja nicht ganz gut. Er hier. Mehr das. Und das. Lux Kompensator bekommen. Mann. Okay. Geschafft. Destiny. Destiny und Doom. The End. Erfolg. Ich glaube es nicht. Wir haben es geschafft. Natürlich haben wir es geschafft. Wir sind die geilsten. Leute. Endlich nach Hause. Oh ja. Gute Arbeit Jungs. Verdammt gute Arbeit. Ihr habt es nicht nur geschafft. Den Flux Kompensator zu beschaffen. Sondern auch Destiny besiegt. Und damit den Fluch von meinem Namen genommen. Moment. Kann ich deinen Namen jetzt nicht mehr als Fähigkeit benutzen? Nein. Tut mir leid. Was jetzt? Sollen wir nach Hause? Wann immer ihr wollt. Fragt mich einfach und ich schicke euch sofort wieder nach Hause. Also da wir es nicht wirklich eilig haben. Was haltet ihr davon, wenn wir diese Welt noch ein bisschen weiter erkunden? Du hast recht, Johnny. Ich fange an es hier zu mögen. Vielleicht gibt es noch ein paar Orte, an denen wir noch nicht waren. Also Jungs. Wenn ihr bereit seid, fragt einfach Schatten-Eidos. Ich habe euch noch ein paar Dinge zu tun. Okay. Ähm. Dann können wir das hier überschreiben jetzt. Tagebuch. Das gehört ja auch zur Hauptquiz. Großvater-Sensi hat dir von den sechs Kugeln der Macht erzählt. Blablabla. Ich will mal gucken. Gehen. Wollen wir das jetzt mal schaffen. Ähm. Erst mal das Heft raus holen. So. Wo habe ich das denn aufgeschrieben? Schauen wir mal. Da. Mal gucken. Mal gucken, ist halt das letzte Ding dann noch davon. Hm. Dann werden wir wahrscheinlich gleich auch noch fliegen können. Oder auch nicht. Wo müssen wir denn da hin? Wir sind völlig woanders, wo wir nicht. Äh. Toll. Zu weit sollen zu kommen. Finde ich. Dö, 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 dö. Schauen wir mal. Der eigentlich labert. Bereit nach Hause zu gehen? Ja, ab nach Hause. Gute Arbeit, meine Freunde. Der Fluxkommensator funktioniert ausgezeichnet. Manakrystalle schennt bereit, mein Hirsch. Ich bin bereit, euch zurück nach Hause zu schicken. Und ihr? Seid ihr bereit? Na, selbstverständlich sind wir das. So sehen wir noch nie. So sehr wie noch nie. Ich wurde bereit geboren. Ich wurde bereit geboren, ach so. Das wollte ich auch gerade sagen. Schillax, mein Freund. Ich glaube, wir sind alle bereit, Schatten Eidos. Was das so heißt. Eine letzte Frage. Was ist mit all dem Zeug und den Golds, das wir gefunden haben? Können wir es behalten? Leider wird alles, was du gerade erwähnt hast, bei der Teleportation verschwinden. Nichts aus dieser Welt kann in eure und umgekehrt auch nicht. Das ist Pech. Countdown von drei Sekunden startet. Eins, bla bla bla. Vielleicht wartet ihr. Vielleicht wart ihr für die Bürger oder für dessen selbst keine Helden, aber für mich seid ihr wahre Helden. Der echte Countdown fängt jetzt an. Null. Weg. Und jetzt? Aha! Das war irgendwie klar. To my destiny credits. obstacles, blablabla bla 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 bla. ganzen credits, die man selbst wegdrücken darf, dass man in Ruhe lesen kann. Auch nicht schlecht. sonst wollen die ja mal durch das war es aber doch noch nicht ich kann kaum glauben dass wir es geschafft haben wir sind wieder zu hause moment mal groß benjamin wenigstens haben wir unsere magischen ringe noch bringe noch so der antwahrer gezeichen wo ist denn das hintergrundbild weg ja machen wir nochmal kurz Ja, jetzt kommt der echte Countdown, wissen wir. Wir können da so halt in der Welt auch noch weitermachen. Ja, das hatten wir eben schon. Ähm, zack, was haben wir, wo ist Benjamin, Moment mal, wo ist Benjamin, wenigstens haben wir unsere magischen Ringe noch, ja, das hat doch immer was zu bedeuten, so, Ent, Fragezeichen, davon gibt es noch ein zweiter Teil, deswegen auch, Extras, ja, ein Beispiel, ja, guck mal hier, können wir auch noch machen, was ist das, aber, so war das, was eigentlich ist, werden wir mal den zweiten Teil nochmal angucken, davon, und hier jetzt aber nach drei Stunden die Aufnahme, Ben, bedanke mich fürs Zugucken, ich hoffe, es hat euch alles gefallen, also das Let's Play jetzt, und ich würde sagen, bis dann zum anderen Projekt von mir, oder auch nicht, tschau tschau. Ta-da-da!